Woran denken Sie, wenn Sie so Worte wie Multimedia, multimediales Lernen hören? Was ist eigentlich Multimedia? Offensichtlich ein Video. Aber ist ein Buch, wo Text und Bild kombiniert werden, auch schon multimedial? In diesem Kapitel wollen wir uns genau diese Fragen stellen. Wo beginnt eigentlich Multimedia? Und welche Auswirkungen haben multimediale Inhalte auf das Lernen? Videos werden in Zukunft in Schule und Unterricht eine so große Rolle spielen, dass sie das Buch verdrängen. Das ist nicht meine Behauptung, sondern sie stammt vom amerikanischen Erfinder Thomas Edison. Er hat diese 1913 aufgestellt. Er hat sogar eine zeitliche Prognose gewagt, nämlich in zehn Jahren. Dass dies nicht ganz so gekommen ist, das wissen wir. Was sich seitdem verändert hat, wollen wir in diesem Kurs mal außen vor lassen. Aber wir sehen daran, wir beschäftigen uns mit dem Thema Multimedia im Lernkontext schon ziemlich lange. Berühmte Theorien wie die Medienteorie von Marshall McLuhan stammt aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und auch die Kognitionstheorien, die wir uns im nächsten Kapitel ansehen wollen, stammen aus den 80er, 90er bzw. 2000er Jahren. Wir sehen also, Multimedia hat eine deutlich längere Historie, als wir häufig ganz gerne annehmen. Wie funktioniert also multimediales Lernen? In welchen Kontexten sind multimediale Inhalte zum Lernen eigentlich förderlich? Die Corona-Pandemie hat dort einiges verändert. Schülerinnen und Schüler haben vermehrt online gelernt, sowohl synchron wie asynchron. YouTube ist zu einer immer wichtigeren Lernplattform geworden. Wenn Sie dazu etwas genauer nachlesen wollen, habe ich Ihnen hier drunter die sogenannte Gym-Studie verlinkt zum Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen. Und ich möchte direkt einen Buchtipp weitergeben. Lernen und Lehren mit Tutorials und Erklärvideos von Dorgerloh und Wolf. Das ist ein wirklich gutes Buch aus meiner Sicht, weil es einen tollen Überblick darüber gibt, wie Lernen funktioniert. Es ist von zwei Wissenschaftlern geschrieben, die dies aber für die Praxis schreiben und ganz viele Tipps und Tricks direkt dabei haben, die sie aus der Theorie ableiten. Das Buch habe ich Ihnen hier drunter verlinkt. Wir wollen jetzt erstmal damit starten, welche Formate es eigentlich gibt, die wir von multimedialen Inhalten, vor allem bei Videos, im Lehr-Lern-Kontext häufig vorfinden. Ich habe diese in vier Kategorien unterteilt. Es gibt selbstverständlich noch viel mehr Formate, als ich hier vorstellen kann. Aber diese Formate sind aus meiner Sicht mit die gängigsten und deswegen für diesen Kurs erstmal am relevantesten. Starten wir mit einer Lern-Videoform, die fast so alt ist wie Videos im Netz. Die sogenannten Screencasts und Tutorials. Sehr beliebt vor allem, wenn ein Programm oder eine Software gezeigt und erklärt werden soll. Dabei wird einfach der Bildschirm abgefilmt und eine Stimme spricht aus dem Off dazu. Das kann separat oder auch synchron aufgenommen werden. Es ist auch möglich, PowerPoint oder ähnliche Dinge abzufilmen und dazu Text einzusprechen, um ein erstes kleines Lernvideo zu erstellen. Oder wir schreiben Text auf einem Tablet oder einer interaktiven Tafel, filmen ebenfalls dieses ab und sprechen nachträglich Text dazu ein. Dies ist eine sehr niederschwellige Methode von multimedialen Videos. Sie ist einfach umzusetzen, es ist kein Sprecher oder keine Sprecherin zu sehen und das bietet uns durchaus einige Vorteile, gerade wenn wir Videos mit Schülerinnen und Schülern erstellen wollen. Die zweite Form, das ist das, was ich hier gerade mache. Da spricht man ganz gerne vom sogenannten Talking Head. Ich spreche direkt zu Ihnen in die Kamera. Das kann zum Beispiel mit einem Teleprompter passieren oder wird in meinem Fall freigesprochen. Wir kennen das aus verschiedensten Formaten. Berühmte Wissensvermittlerinnen auf YouTube, gerade eben auch im Edu-Kontext, nutzen dieses Format des Talking Heads. Aber auch bekannte Fernsehsendungen und Fernsehwissenssendungen arbeiten ganz gerne mal mit diesem Format, zumindest zwischen Einspielern. Wir können diese Formate, Tutorials, also Screencasts und Talking Head auch miteinander verbinden. Auch das findet man an der einen oder anderen Stelle und hat durch einige Videokonferenzsysteme bei denen übrigens auch aufgezeichnet werden kann, an Zuwachs gewonnen. Die dritte Form sind Gespräche und Interviews. Und hier nehmen wir jetzt auch mal die Audios mit hinzu. Podcasts haben in den letzten Jahren unglaublich an Beliebtheit gewonnen. Sie bieten viele Vorteile. Ich brauche in Anführungsstrichen nur den Ton. Ich habe viel kleinere Dateien. Ich komme sehr nah dran an meine Zuhörenden. Wenn wir Podcasts zum Beispiel über Kopfhörer oder sogar in-Ear-Kopfhörer hören, dann können wir sagen, näher dran kommen wir eigentlich nicht an Lernende oder Zuhörende. Aber auch Videointerviews und Gespräche spielen zum Lernen durchaus eine sehr spannende Rolle. Ich zeige in diesem Kurs auch noch Beispiele, wie Sie alleine durch eine kleine Kameraperspektive einen Interview-Eindruck erzeugen können. Und die letzte Form, die ich hier mit Ihnen besprechen möchte, sind Animationsvideos. Das meint sowohl echte Animationsvideos, also am PC erzeugte Animation, als auch mit der Hand erzeugte Animationen. Die wohl einfachste Animation, die wir kennen, ist das Daumenkino, wohl auch die ursprünglichste. Ich möchte den Schwerpunkt bei Animationen hier setzen auf Lege- und Stop-Motion-Technik, die aus meiner Sicht am besten geeignetste Animation im Lehr-Lern-Kontext. Warum, das schauen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt im Kurs genauer an. Bei all den Fragen rund um Multimedia wollen wir in diesem Kurs einen Schwerpunkt darauf setzen, nicht nur wie wir als Lehrpersonen Videos erstellen, sondern wie wir auch mit unseren Schülerinnen und Schülern Videos erstellen können. Das ist aus meiner Sicht etwas unglaublich Spannendes. Um ein Video erstellen zu können, muss ich ein Thema runterbrechen können. Ich muss es verbalisieren und bei Videos auch visualisieren können. Aber auch bei Audios findet eine Art Visualisierung in Anführungsstrichen statt, indem wir durch Geräusche und ähnliches eine Atmosphäre erzeugen. Mit Videos können wir also Projektbasiert spannende Schülerprojekte ermöglichen. Und so kann das Video selbst zum Lerngegenstand werden.